Mensch, erzähl mal, wie war es denn in Venedig? Traumhaft! Genau das, was ich mir immer... Kann ich mir vorstellen, weil ich konnte ihn überreden. Und wie war das Wetter? Heiß! Boah, heiß! War es bei uns aber auch. Ich dachte, ich schmeckte. Aber du kommst auch gleich her. Ja, glaub ich. Du bist auch so richtig schön. Ja, ich bin aber schon in die Sonne gekommen. Das sieht aber lecker aus. Du siehst wunderbar aus. Fantastisch.